Willkommen zurück, Kumail hier. In diesem Video rede ich mit dir über eine Eigenschaft, die du brauchst, damit du wirklich sicher, mit Sicherheit Erfolg haben kannst in der Partnersuche. Wenn du diese Eigenschaft wirklich hast, dann würdest du in zwei Wochen dein nächstes Date haben. Und das mit einer Frau, die dir wahrscheinlich gefällt. Du würdest in vielleicht drei, vier Monaten deine Partnerin finden. Hat alles nur mit dieser einen Eigenschaft zu tun. Diese Eigenschaft ist Kopfsache, das hat das mit deiner Einstellung zu tun. Und ich kann es nicht betonen, wie wichtig das ist. Ich habe auch schon in anderen Videos darüber geredet, aber ich will hier mal wirklich das ganze Thema beleuchten. Und zwar, du wirst Erfolg haben in der Partnersuche und die richtige Partnerin finden, wenn du keine Bereitschaft dafür hast, dich mit weniger zufrieden zu geben und dich einfach mit deiner Situation zu arrangieren, auch wenn sie dir nicht gefällt. Also, dass du keine Toleranz hast für den Status Quo. Der Status Quo bedeutet einfach deine aktuelle Situation. Vor allem, dass du keine Toleranz hast für den Status Quo, wenn dir deine Situation nicht gefällt. Wenn du beispielsweise Single bist und jetzt sagst, ja, keine Ahnung, also eigentlich bin ich ja auch alleine glücklich oder ach, so schlimm ist es gar nicht. Ich warte einfach, bis die Richtige kommt. Und du aber eigentlich einsam bist, dann arrangierst du dich mit deinem Status Quo. Du bist nicht bereit, was zu tun, was zu ändern, aber du erzählst, du redest dir deine eigene Situation schön. Und es kann ja sein, dass du grundsätzlich zufrieden bist und dass du glücklich bist und es eine Partnerin nur ein i-Tüpfelchen wäre, aber ein Mann, der sagt, ja, mein Leben ist bisher gut, ich bin auch zufrieden mit meiner Arbeit und alles, aber im Bereich meines Liebeslebens bin ich eben nicht zufrieden. Und da möchte ich jetzt den nächsten Schritt eingehen. Diese Bereitschaft zu sagen, so und so nicht weiter, das ist super wichtig und das fehlt leider vielen Männern. Viele Männer arrangieren sich einfach mit dem, was gerade ist. Und nochmal, wahrscheinlich bist du grundsätzlich glücklich, aber es fehlt wahrscheinlich was, wenn du Single bist, die eigentlich eine Partnerin wünscht, wenn du ehrlich bist und es einfach nicht so klappt in der Liebe. Wenn du die Bereitschaft hättest, zu sagen, ich ändere meine Situation jetzt und werde alles dafür tun, um diese Situation zu ändern und dann die richtige Partnerin zu finden, dann würdest du Lösungen finden. Du würdest Lösungen für deine Probleme finden. Wenn du zum Beispiel gerade niemanden kennenlernst, dann würdest du anfangen, dir die richtigen Fragen zu stellen. Du würdest nicht sagen, ja okay, ich lerne halt niemanden kennen und so ist es halt und damit finde ich mich jetzt ab, sondern sagst, nee, ich bin nicht bereit, mich abzufinden. Was müsste ich jetzt tun, damit ich die Situation ändern kann? Was müsste ich tun, um mehr Frauen kennenzulernen? Du richtest deinen Fokus hin zu Lösungen. Denn du kannst nur dann lösungsorientiert denken, wenn du mit der aktuellen Situation nicht zufrieden bist. Und wenn du dann beispielsweise sagst, okay, ich lerne ab und an ein paar Frauen kennen, aber ich lande immer wieder in der Freundschaftszone oder Frauen verlieren das Interesse an mir nach einem Date. Dann könnte man jetzt auch sagen, okay, damit finde ich mich ab und ist wohl mein Schicksal oder keine Ahnung, habe wohl kein Glück in der Liebe. Oder du sagst, nee, das akzeptiere ich nicht und ich werde jetzt anfangen, mir die richtigen Fragen zu stellen, um dann mal bei einer Frau kennenzulernen, bei der der Funke auch überspringt, die mich wiedersehen will, die auch sexuelles Interesse an mir hat, mit der ich mir auch mal was vorstellen kann. Dann würdest du dich die Fragen stellen, wie, okay, wie kann ich dafür sorgen? Kann ich das überhaupt beeinflussen, dass eine Frau mich wiedersehen will? Ja, wahrscheinlich schon. Was müsste ich tun, um das zu machen? Worauf kommt es an auf einem Date? Du wirst dir dann anfangen, lösungsorientierte Fragen zu stellen, die dann deine Situation verbessern. Und das machen die wenigsten Männer, einfach weil sie gemütlich sind mit dem Status Quo. Weil sie sich sagen, ja, okay, so schlimm ist es nicht. Das ist eigentlich einfach nur Faulheit. Und zum einen ist es die Faulheit, die Männern daran hindert und zum anderen ist es auch ein Missverständnis, das sie zu diesem Thema haben. Denn man sagt sich ja, ja, okay, aber wenn ich jetzt irgendwie versuche, jemanden aktiv zu suchen oder anerkenne, meine Situation ist nicht gut. Ich sage auch vielen Männern immer, nutz den Schmerz des Alleinseins, um dich zu motivieren. Ich erinnere Männer oft daran, hey, man ist einsam, wenn man Single ist, manchmal, vor allem am Sonntagabend beispielsweise. Man fragt sich manchmal, wofür man das Ganze macht, wenn man viel arbeitet, wenn man sein Leben mit niemandem teilen kann. Man fühlt sich komisch, wenn man das dritte Rad am Wagen ist, wenn alle Freunde schon vergeben sind und man selbst noch Single ist. Das sind alles unangenehme Situationen. Und was ich Männern sage ist, hier, nutz doch mal diesen Schmerz, tolerier das nicht mehr und nutz das als Motor, um voranzukommen. Und da würden Männer sagen, ja, aber ich will ja auch nicht so verzweifelt auf der Partnersuche wirken. So rumrennen, so von wegen, ah, ich halte meine Situation nicht aus als Single, jetzt muss ich unbedingt jemanden finden. Viele Männer sagen, ja, aber das wirkt doch bedürftig oder verzweifelt und das ist falsch. Das ist einfach falsch. Ob du bedürftig oder verzweifelt bist oder ob du es irgendwie erzwingen willst in der Liebe, das hat nichts damit zu tun, ob du aktiv oder passiv bist. Das hat nichts damit zu tun, ob du jetzt diese unangenehmen Schmerz, den du hast als Single, manchmal, der ist ja nicht immer da, aber der ist ja manchmal da. Oder wenn du beispielsweise mit deinen vergebenen Freunden abhängst oder merkst, alle gründen schon Familie, nur du nicht. Dass du das nutzt, um zu sagen, okay, das akzeptiere ich nicht und ich fange jetzt an, die richtige zu finden, auf eigene Faust, ich nehme es in die eigene Hand. Das zu tun, heißt nicht, dass du irgendwas erzwingen willst, denn erzwingen oder verzweifelt sein ist eine Grundeinstellung. Das ist die Grundeinstellung, mit der du das machst. Du kannst dir dein Liebesleben in die Hand nehmen, das Ganze aktiv angehen, aber das Ganze mit einer entspannten Grundhaltung machen. Du kannst dafür sorgen, dass du intelligent die ganze Sache angehen und dafür sorgen, dass du Dates hast. Und dann kannst du auf diesen Dates beispielsweise einfach super entspannt sein. Und vor allem ist es einfacher, entspannt zu sein, wenn man weiß, dass man immer wieder Dates haben kann mit neuen Frauen, dass man nicht auf diese eine Frau angewiesen ist. Dann bist du nicht verzweifelt. Also wenn du einfach nur vorher ein bisschen deine Hausaufgaben machst, ein bisschen dafür sorgst, dass du grundsätzlich neue Frauen kennenlernst, immer wieder Kontakt hast zu neuen Frauen, immer wieder Dates haben kannst, dann bist du sowieso nicht verzweifelt, weil bei dir einfach endlich mal wieder was geht. Die meisten Männer sind, die meisten Männer bei denen ist genau das Gegenteil. Sie sind faul, sie machen nichts und sagen sich ja, ich will es halt nicht erzwingen oder ich will halt nicht verzweifelt rüberkommen, deswegen machen sie halt gar nichts und lernen niemanden kennen, haben kaum ein Date. Und wenn sie dann mal wieder alle paar Monate ein Date haben, dann sind sie auf diesem Date super nervös und verstellen sich. Und sie wissen halt, das ist das letzte Date, das sie in den nächsten Monaten haben werden, weil halt selten niemand kommt in ihr Leben. Dann wollen sie es mit dieser einen Frau ein bisschen zu sehr, umso mehr. Und deswegen spürt die Frau einen gewissen Druck. Da merkt die Frau, dass du verzweifelt bist. Einfach weil du nicht dafür gesorgt hast, dass du regelmäßig Frauen kennenlernst. Wenn du aber aktiv das Ganze machen würdest, dann würdest du Frauen kennenlernen, wärst nicht verzweifelt. Und dann würdest du locker da rangehen. Das ist ein großes Missverständnis, dass Männern daran hindert, ihre Situation aktiv anzugehen. Dass sie sich sagen, ja hey, wenn ich jetzt sagen würde, ich toleriere das nicht mehr, dann wirke ich ja verzweifelt. Stimmt nicht, das ist genau das Gegenteil. Wenn du es nicht tolerierst und dann halt einfach nur die richtigen Schritte einleitest, dir dafür sorgen und dir die richtigen Fragen stellst, dir dafür sorgen, dass du Dates bekommst, dass du auf diesen Dates weißt, was du machst, dann bist du, dein Liebesleben läuft, dann läuft es einfach. Dann geht in dich mal wieder was. Bei denen ist nur noch eine Frage der Zeit, bis du die richtige findest. Aber die meisten Männer sind ja gar nicht in dieser Position. Ein anderer Grund, warum auch Männer sich erzählen, warum Männer diesen Gedanken so von wegen, hey, ich nehme das Ganze aktiv an oder ich arbeite jetzt mal an mir, um die Richtige zu finden, warum sie diesen Gedanken nicht so gut finden, ist, weil sie sich ja auch sagen, ja, bei meinem Umfeld haben es ja auch alle anderen geschafft und die haben wahrscheinlich auch nicht an sich gearbeitet. Die meisten meiner Kumpels sind vergeben. Ich kenne teilweise Freunde, ich habe einen Kumpel, der ist ein absoluter Vollidiot und auch er hat es geschafft, eine Freundin zu finden. Und wieso muss ich jetzt an mir arbeiten, um eine Partnerin zu finden? Für die meisten Männer passiert das einfach so, sie müssen da nichts für tun. Und auch hier musst du ein großes Missverständnis verstehen. Es ist nachvollziehbar, warum man so denkt, aber dir fehlt so ein gewisser Blick hinter die Kulissen. Und ich erkläre dir jetzt, was ich damit meine. Deine Freunde, die vielleicht über Glück in eine Beziehung reingestolpert sind oder die richtige Partnerin früher schon kennengelernt haben, nur weil die diesen Dating-Part und den Part als Single jetzt diese Probleme nicht mehr haben, heißt es nicht, dass sie nicht auch Probleme im Liebesleben haben. Die Probleme sind bei denen halt einfach später und finden in der Beziehung statt. In der Hinsicht, dass sie permanent irgendwelche Meckereien und Streitgespräche von ihrer Freundin haben, dass sie merken, dass die Freundin teilweise auch den Respekt dem Mann gegenüber verliert, dass sie vielleicht nur, keine Ahnung, alle paar Monate Sex haben oder einmal im Monat und die Frau einfach keine Lust auf Sex hat. Das sind ja alles auch nicht so schöne Sachen. Das sind auch Sachen, wo man sagen könnte, hey, möchte ich das wirklich? Wenn ja, dann finde ich mich halt damit ab. Aber wenn ich das nicht toleriere, dann würden ja auch diese Männer, wenn sie wirklich die Eier hätten, zu sagen, hey, das toleriere ich nicht, entweder die Beziehung verlassen oder zusammen mit ihrer Partnerin dafür sorgen und daran arbeiten, dass die Beziehung besser läuft. Und wenn man das dann schlau angeht, würde man sich dann auch irgendwie ein Paarberater oder sowas holen, der einem hilft oder einen Sexologen oder sowas. Aber das machen die meisten Leute ja auch nicht, weil die Leute zu gemütlich sind. Das heißt, deine Freunde, die sind auch, die geben sich auch zufrieden mit dem Status quo. Was ich dir sagen kann ist, 80% der Beziehungen, das ist ja zu meiner Erfahrung aus den Männern und Partnerschaften, mit denen ich bisher zusammengearbeitet habe, aber es gibt auch Studien, die nahe legen, dass es so sein kann. 80% der Beziehungen sind nicht erfüllt und da sind nicht beide Partner wirklich glücklich und lieben einander. Die meisten Beziehungen finden aus Gemütlichkeit statt. Und wenn man dann halt mal in so einer Partnerschaft ist, stellen wir vor, so ein Typ, so ein Single, der denkt sich, okay, ich habe jetzt eine Frau, die finde ich ganz attraktiv, fast auch halbwegs zu mir, dann mache ich sie halt zu meiner Freundin. Und er weiß, dass wenn sie ihn verlassen würde, würde er so schnell niemanden mehr kennenlernen oder keine Frau, die ihm so sehr gefällt. Deswegen lassen Männer viel mehr durchgehen in einer Partnerschaft, verlieren Männer irgendwann die Kraft in der Partnerschaft, sind Männer irgendwann in einer sehr unterwürfigen Position ihrer Freundin gegenüber, einfach weil sie Angst haben, diese Frau zu verlieren, weil sie nicht an sich gearbeitet haben oder nicht an der Beziehung arbeiten. Das heißt, Männer geben sich auch mit dem Nötigsten zufrieden. Und auch deine Freunde in einer Partnerschaft geben sich wahrscheinlich mit dem Nötigsten zufrieden. Ich habe das schon so oft gesehen. Ich beispielsweise helfe Single-Männern, die richtige Partnerin zu finden. Grundsätzlich ist das, was ich mache. Aber ein guter Freund von mir beispielsweise, ein sehr guter Freund, ist Paarberater, ein brillanter Paarberater. Und er gibt öfter auch Seminare für Paare. Und ich war auch oft auf diesen Seminaren, war ich quasi Gastcoach. Ich habe auch den Männern in einer Partnerschaft dann auch geholfen, als Gastcoach und Redner. Und da habe ich Männern auch beigebracht in einer Partnerschaft, wie sie ihre Frau wieder verführen können. Diese ganzen Themen, wie kannst du gut mit Frauen umgehen, wie wirst du attraktiver und interessanter als Mann, die musst du irgendwann lernen, wenn du ein tolles Liebesleben haben willst. Wenn du es nicht machst, dann wirst du lernen, die Probleme spätestens hinten rum kommen. Und woher weißt du, ob deine Freunde nicht einfach in der Beziehung sind, wo einfach gar nichts mehr geht, wo die Flammen, wo das Feuer schon aus ist, quasi erloschen ist und sie sich einfach nur damit zufrieden geben. Du kannst ja nicht hinter die Kulissen gucken. Oder oft ist es auch so, viele Männer haben auch geringe Standards in der Partnersuche. Man nimmt die Erstbeste, die man kriegen kann, auch wenn sie nicht zu einem passt. Einfach nur, damit man irgendjemanden hat. Und wenn du aber jetzt ein Mann bist, der sagt, okay, ich möchte schon wirklich die Richtige finden, die wirklich, wo es wirklich zum Großteil einfach passt und ich auch ein sehr gutes Gefühl dabei habe, dann hast du einfach höhere Standards. Und dann ist es ein Ticken schwerer, diese Partnerin in sein Leben zu ziehen. Dann macht das nicht so viel Sinn, sich zu vergleichen mit Männern, die quasi sich damit zufrieden gegeben haben, einfach nur irgendjemanden zu haben. Hauptsache sie haben jemanden. Verstehst du? Das ist so ein bisschen, diese Vergleiche sind nicht so gesund und diese Vergleiche kannst du nicht treffen, weil du nicht die ganze Informationsgrundlage hast. Du kannst ja nicht hinter die Kulissen gucken und gucken, wie es läuft. Es gibt auch beispielsweise Studien, die darauf hindeuten, das kann man ja nicht konkret belegen, aber Befragungen, wo Menschen das halt wirklich anonym zugegeben haben, die darauf hindeuten, dass in Deutschland zwischen 15 und 45 Prozent, ist eine große Varianz, weil wie gesagt, die Zahl ist schwer ermittelbar, zwischen 15 und 45 Prozent der Menschen haben schon mal angegeben, dass sie in der Partnerschaft ihren Partner betrogen haben. Das heißt, in jeder dritten Beziehung oder jede dritte Person in Partnerschaft hat schon mal jemanden betrogen, sprich man wurde betrogen. Und das sind halt alles so Sachen, über die viele nicht reden. Vielleicht weiß dann einer Kumpel auch, dass seine Freundin nicht mehr betrogen hat oder dein Kumpel weiß, dass er unzufrieden ist. Dein Kumpel ist vielleicht auch teilweise sehr unsicher, ist überfordert mit seiner Situation, aber er weiß sich halt auch nicht zu helfen und hat sich einfach mit dem Status Quo abgefunden, weil der Status Quo, also das einfach hinzunehmen, dass es so ist, ist halt gemütlich, weil da muss man sich nicht an sich arbeiten. Das ist zwar ein sehr unangenehmer und schmerzhafter Zustand, wenn man merkt, deine Frau findet dich nicht mehr attraktiv, deine Frau will nicht mit dir schlafen, deine Frau meckert dich an für grundlose Sachen, deine Frau schiebt Drama und du kannst nicht damit umgehen. Das ist schmerzhaft, aber die meisten Männer finden sich lieber damit ab, die in einer Partnerschaft sind, anstatt zu sagen, hey, ich arbeite daran. Weil an sich zu arbeiten, zu gucken, hey, okay, was muss ich an meinem Verhalten ändern, damit ich meine Situation verbessern kann, das erfordert einen gewissen Mut. Man muss sich quasi den Spiegel vorgehalten bekommen und sagen, hey, das und das und das musst du anders machen. Die meisten Männer sind nicht zu bereiten, deswegen haben die meisten Männer ein beschissenes Liebesleben. Sowohl Single als auch die in einer Beziehung sind. Ich kenne kaum einen Mann, der wirklich ein geiles Liebesleben hat, als Single erfolgreich war, erfüllt ist in seiner Partnerschaft und nicht an sich gearbeitet hat. Ich kenne nur Menschen, die an sich arbeiten mussten, um dann wirklich komplett erfüllt zu sein. Denn wenn du wirklich nur auf den Zufall wartest oder halt nichts für dein Liebesglück tust oder für deine Erfüllung im Leben, dann wirst du irgendwann an Grenzen stoßen. Du hast vielleicht Glück als Single, vielleicht hast du auch Glück in den ersten drei Jahren deiner Partnerschaft, wo du noch in dieser Honeymoon-Verliebtheitsphase bist, aber dann fangen die Probleme halt an, wenn du dann Kinder bekommst. Dann verliert deine Frau das Interesse oder du verlierst das Interesse an deiner Frau und du weißt halt nicht, wie du mit diesen Sachen umgehen kannst. Nur Menschen, die bereit sind zu sagen, hey, ich toleriere meine Situation nicht mehr, ich bin bereit, an mir zu arbeiten, das sind die Menschen, die wirklich erfüllt sind, die in allen Lebensbereichen, die einen erfüllten Job haben, die gesund sind, die wirklich ein tolles Liebesleben führen. Denn das ist ja nicht nur auf Liebe bezogen. Es kann ja auch sein, dass du beispielsweise Übergewicht tolerierst. Es kann sein, dass du tolerierst, dass du in einem Job bist, wo du schlecht behandelt wirst. Und auch da musst du dir einfach nur die Frage stellen, bis hierhin und nicht weiter, wie lange lasse ich das mit mir machen? Und die meisten Leute lassen es einfach zu lange mit sich machen und akzeptieren diese Situation nicht. Und man redet sich halt schön als Single. Ja, ich bin ja schon glücklich. Ja, ich habe keine Zeit, um niemanden zu finden. Ja, ich bin, ähm, ich brauche niemanden. Ich will es nicht erzwingen in der Liebe. Das sind einfach nur Bullshit-Ausreden. Die Wahrheit ist, die Situation ist nicht so geil. Es wäre schön, wenn es anders wäre. Man ist halt nur nicht bereit, quasi, den Schritt zu machen, sich den Spiegel selber vorzuhalten, zu merken, ich bin dafür verantwortlich, dass ich in der Situation bin. Ich kann das auch ändern. Ich muss jetzt nur noch herausfinden, wie ich das ändern kann. Und ich kann diese Schritte auch rausfinden, wenn ich mir einfach nur Mühe gebe oder jemanden frage, der das weiß. Es ist machbar. Es ist für jeden Mann machbar. Und dieses an sich Arbeiten ist auch kein Akt, der irgendwie jahrelang dann dauert, bis du dann irgendwann bereit bist für eine Partnerschaft. So etwas kann Wochen, in Wochen oder in ein paar Monaten passieren. Selbst wenn du super schüchtern bist, keine Erfahrung mit Frauen hast und einfach nicht weißt, was du machst, du kannst dir die Informationen ja holen. Solange du wirklich die Bereitschaft hast, zu sagen, jetzt ändere ich es. Die Verantwortung übernimmst. Verantwortung übernimmst. Checkst, hey, ich kann meine Situation verbessern. Ich muss mir einfach nur die richtigen Fragen stellen, die richtigen Dinge tun, dann klappt es. So, langer Rant. Wahrscheinlich noch ein langes Video geworden, aber super wichtig. Nimm das ernst. Und vor allem, je länger du damit wartest, das Ganze aktiv in die Hand zu nehmen, desto schwieriger wird, sobald du dich dann dafür entscheidest. Weil, je länger du wartest, wenn du jetzt dieses Video dir anguckst und denkst, ja, okay, schöner Impuls, hat er auch irgendwie recht, aber ja, keine Ahnung. Dann vergisst du es und dann erwischst du dich sechs Monate später wieder in der Situation, dass du niemanden kennenlernst. Du verfällst dem Dating in eine Abwehrspirale, je länger du wartest, weil du rostest ein, also in deinen Flirtfähigkeiten, da kann man ja auch einrosten, wenn du wenig Frauen kennenlernst, dann hast du ja keine Erfahrungen zum Üben. Du wirst immer, dein Selbstbild von dir selbst als Single und als Mann wird immer schlechter. Weil du lernst ja niemanden kennen. Du merkst, du bekommst keine positive Resonanz von Frauen. Das heißt, dein Selbstbewusstsein wird schleichend immer schlechter. Und je früher du diesen Cut machst und sagst, jetzt nicht weiter und ich mache jetzt, ich gebe jetzt Gas oder ich arbeite halt an mir, desto besser. Ich empfehle dir, mach das sofort. Wieso wartest du? Das ist auch ein Problem, das ich bei vielen Männern sehe. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte das mal in die eigene Hand nehmen, ich möchte herausfinden, was sind die Sachen, die ich tun kann in meiner Situation, dann würdest du sagen, dass bei mir was geht in der Liebe, dass ich Dates habe, dass ich Frauen kennenlernen und dann die richtige finde. Wenn du das lernen möchtest, dann kannst du mal dich für ein kostenloses Beratungsgespräch bewerben. Den Link findest du unter diesem Video, in der Videobeschreibung, ganz oben. Da kommst du auf meine Webseite, kannst dich eintragen, bewirb dich auf ein Gespräch und wenn es dann passt von unserer Seite aus und du auch für uns ein geeigneter, wenn du ein Single-Mann bist, von dem ich weiß, dass ich ihm helfen kann, wenn ich das einfach rauslese aus der Bewerbung oder aus dem Vorgespräch, wer kennenläft, das passt, dann können wir mal gerne ein unverbindliches, kostenloses Beratungsgespräch machen. Dann nehme ich mal eine Stunde Zeit für dich und erkläre dir, wie so ein Weg für dich aussehen kann. Was musst du tun, um die Richtige zu finden? Was musst du in deiner individuellen Situation tun? Das macht ja einen Unterschied, ob du schüchtern bist oder extrovertierst, ob du auf dem Land lebst oder in der Stadt, ob du selbstständig bist oder angestellt. Das macht ja einen Riesenunterschied alles. Und das kann ich mit dir alles besprechen und dir ganz klar die Schritte zeigen. Hier, so kommst du von A nach B. Das musst du machen in der Reihenfolge und dann klappt das für dich. Wenn du das möchtest, dann bewirb dich gerne auf ein kostenloses Beratungsgespräch.